So Leute, ich dachte da ist da, es wird hier ein Kran raus oder so. Weil Kuchenaufzug. Ich habe hier kein Schacht, kein Schacht im Papa. Hier bin ich ja keine Schachtfahrt. Ich habe keine Angst, dass ich Ere bekomme. Und auch keine Stolzung, besser nicht. Sobald ich wohne, Häusern und so. Da könnt ihr mich alle anderen ausprobieren. Hier, euch hier, nur einen. Dann kann ich besser runterfahren. Mir besser, besser als heute. Ich habe das auch hier, aber ich muss ihn einfach wieder aussteigen. Ich sehe das auch hier. Ich habe das oben. Ich habe das oben. Da gibt es einen Motorraum, aber ich dachte, der aufgezückte Motorraum ist draußen. Jetzt weiß ich schon, dass sie einen Motorraum hat. Hier könnte ich mich den Alarm ausbinden. Hoffentlich, hoffentlich bei der Seite, dass niemand mich schaut. Ja, muss man drücken. Drei Sekunden. Ja, ich bin so, ich bin so... Ich kann schon raus. Ich kann schon ruhig ausprobieren, was dann... Ich kann mal, wir müssen jetzt nicht, wenn wir es sehen, wie es verbindet und so. Jetzt können wir gleich machen. Besser, wenn die Türen zu sind. Hoffentlich ist es damit nett. Hoffentlich hat keiner gehört. Hoffentlich hat keiner gehört. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, aber ich habe es nicht gezeigt, leider. Sorry. Hoffentlich verbindet es jetzt nicht. Ich habe bis dahin, ich glaube, gar nichts gehört. Ich habe bis dahin, dass ich das selber bekommen. Ich will ja nicht, ich will ja keinen Ärger haben. Ich habe das nicht gesehen... Geklappt, das hat nicht gewonnen. Geklappt. Hallo. Einfach mal, dein Traum klingt jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, es ist uns abgebrochen oder so. Nein, da hat nicht das nicht zusammengehört. Hat nicht klappt, gut. Gut, geklappt. Es kann jetzt Chaos sein, dass es noch kommen kann. Ah, okay, okay. Das hat nicht geklappt. Zum Glück. Besser müssen wir das Auto wirklich verbunden. Wenn der Knopf 2 aus ist, ist das nicht geklappt. Wenn der Knopf 2 aus ist, ist das nicht geklappt. Wenn der Knopf 2 aus ist, könnte man gerne mal ausprobieren. Nur wenn es ein Auto verbunden ist. Wenn du den Alarm ruft, dann sage ich mal einen schönen Montag. Dann nicht mehr. Hallo. Servus. Servus. Danke. Servus. Vielen Dank für erste Schauen. Bis zur nächsten Video. Ciao Leute, bleibt gesund. Ihr Elevator-Fan. Alles größer. Ciao Leute, bleibt gesund. Ihr Elevator-Fan. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.